Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von YouTrading. Warum Daytrading? Was macht das Daytrading so interessant? Warum interessieren sich so viele Leute für das Daytrading? Warum wollen so viele Daytrader werden? Und was finde ich selber am Daytrading auch so interessant? Klar, das Daytrading ist ein wirklich sehr angenehmer Beruf mit vielen Vorteilen. Das fängt zum Beispiel schon damit an, dass man ja wirklich völlig frei ist in der Entscheidung, wann arbeite ich, wie lange arbeite ich und man ist natürlich auch vollkommen frei in dem Ort, wo man eigentlich arbeiten möchte. Also ich mache es zum Beispiel so, ich arbeite ganz klassisch von zu Hause aus mit meinem PC, mit mehreren Monitoren. Ich kenne aber auch Leute, die traden überwiegend von unterwegs aus mit dem Tablet oder mit dem Smartphone. Wäre jetzt so persönlich nicht mein Ding, aber wer es gerne mag. Also heutzutage hat man wirklich alle Möglichkeiten, das Daytrading zu betreiben. Ich kenne auch welche, die sind ausgewandert in ein Land, wo die Lebenshaltungskosten sehr niedrig sind und traden dort und kommen damit wunderbar über die Runden, können damit wunderbar leben. Also zwei ganz, ganz große Vorteile des Daytradings. Freiheit, wann arbeite ich, wie lange arbeite ich und eben halt, wo mache ich das Ganze überhaupt. Und natürlich muss man auch sehen, dass man das Daytrading wunderbar mit der Familie vereinbaren kann. Ist vielleicht auch eine Möglichkeit, Option für Mütter, die sagen, okay, Arbeit geht nicht, weil kleine Kinder und das kriege ich nicht unter einen Hut. Aber Daytrading könnte ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt viele wirklich sehr intelligente Mütter, die sind zu Hause und für die wäre das vielleicht ja auch nochmal was. Und man kann sich auch, wenn man sich selber jetzt ein Tagessoll gesetzt hat, man sagt, okay, ich möchte am Tag im Durchschnitt ungefähr das und das verdienen beim Traden, wenn man das erreicht hat. Und wenn das vielleicht morgens um 10 schon ist, dann macht man halt Feierabend und genießt den Tag, genießt die schönen Dinge des Lebens, kann sich um seine Familie kümmern. Und das ist auch eine Freiheit, die man beim Daytrading hat, die mir persönlich auch sehr gut gefällt. Und man genießt natürlich auch all die Vorteile, auch beim Daytrading, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Das fängt zum Beispiel schon damit an, dass man nicht zur Arbeit hinfahren muss, man kann sich nicht verspäten, man muss sich nicht mit vollen Zügen oder Bussen ärgern, man steht nicht im Stau, man muss im Winter kein Eis kratzen, man muss nicht tanken fahren, weil man es abends mal wieder vergessen hat und man muss sich keine Parkplätze suchen, also wirklich Kleinigkeiten. Aber das sind einfach auch Sachen, die das Daytrading auch mit sich bringt, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Man muss sich zum Beispiel keine extra Gedanken ums Essen machen. Man muss nicht vorkochen, sich Brote schmieren und so weiter. Man hat seine Küche, seine Vorräte, seine Möglichkeiten wie Mikrowelle, Backofen und so weiter, hat man alles zu Hause. Man macht einfach eine Tradingpause, geht in die Küche, bereitet sich was zu essen, zu entspannt, noch ein bisschen auf dem Sofa, guckt vielleicht nochmal N24, NTV kurz durch, geht dann wieder zum Trading. Also man kann sich in seiner Wohnung frei bewegen, man kann sogar sich einen Hund halten, was viele Berufstätige nicht können, mit dem man dann nochmal vor die Tür geht. Also man kann morgens zum Fitnessstudio gehen, wo es noch schön leer ist, wenn man sagt, okay, passt gerade in mein Trading rein, weil Wirtschaftsnachrichten kommen erst um 14 Uhr, 14.30 Uhr oder irgendwie sowas. Also das Daytrading bringt wirklich sehr, sehr viele Vorteile mit sich. Und ja, man hat auch keine, also bei mir war es nie so, ich habe immer sehr nette und liebe, nette Kollegen gehabt, aber es gibt sicherlich auch andere Leute, die sagen, okay, ich habe dann einfach keine nervigen, lästernen oder missgünstigen Kollegen mehr. Ich mache hier mein Ding und ich muss nicht das machen, was der Chef von mir will, erwartet, was die Kollegen von mir erwarten. Denn man muss zum Beispiel den Urlaub mit niemand anderem mehr absprechen, außer vielleicht mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner, aber nicht mit Kollegen, man muss da keine Rücksicht nehmen. Und beim Daytrading arbeitet man auch niemals am Wochenende oder an Feiertagen, man kann wirklich ganz entspannt ins Wochenende reingehen, hat gar nicht den inneren Druck. Ich muss arbeiten, ich muss, ich muss, weil die Börse hat am Wochenende sowieso geschlossen und man kann Feiertage genießen. Weihnachten, Ostern, da findet gar kein Trading statt und von daher auch in der Richtung sehr angenehm. Und jede, jede einzelne Überstunde, die man macht, macht man wirklich für sich und nicht für jemand anderen, wenn man zum Beispiel sich noch die Telebörse anguckt oder sich abends noch Fachliteratur anguckt oder auch natürlich ein New Trading Video. Dann ist es so, jede Stunde, jede Ausbildung, man macht das alles nur für sich selber und das ist auch ein ganz großer Vorteil, auch eine ganz große Motivation. Wenn man weiß, ich mache es nur für mich, nur für mich selber, für mein Weiterkommen, für mein Ziel, für meinen Traum vom Daytrading irgendwann mal leben zu können, dann macht man sowas viel, viel lieber und man macht das eigentlich auch sehr gerne. Ja, man kann natürlich beim Daytrading, sagte ich ja schon, die Familie, die Kinder und den Job sehr gut miteinander koordinieren. Die Selbstständigkeit generell hat ja viele dieser Vorteile, die ich gerade erwähnt habe, aber die Selbstständigkeit als Daytrader hat noch einige sehr spezielle Besonderheiten. Wenn ihr euch in irgendeinem anderen Beruf selbstständig macht, dann ist es meistens so, ihr braucht Ladenräume, ihr braucht Büros und so weiter. Das hat ihr beim Daytrading überhaupt nicht. Also ihr braucht, um mit dem Daytrading zu beginnen, keine Büros. Ihr braucht keine Ladenräume, ihr braucht keine Angestellten, ihr braucht keine Maschinen, ihr braucht keine Rohstoffe, Produkte, Waren und so weiter. Ihr müsst euch um keine Kunden kümmern, ihr müsst keine Werbung machen und ihr habt auch keine konkurrierenden Mitbewerber für euer spezielles Produkt oder für eure spezielle Dienstleistung. Und ihr benötigt einfach sehr, sehr wenig, um mit dem Daytrading einfach mal zu beginnen. Ihr braucht ein Startkapital, je mehr, desto besser. So habe ich immer wieder gesagt, je mehr, desto besser. Ihr könnt die Trades einfach anders mitgehen, aber ich habe es auch schon in meinen Videos gezeigt, zum Beispiel in dem hier. Auch mit kleinem Startkapital könnt ihr mit dem Daytrading anfangen. Dürft ihr einfach nicht so gierig sein, müsst ihr wirklich Step by Step machen, dann geht das aber auch. Ihr braucht natürlich einen PC, Tablet, Smartphone, whatever und einen verlässlichen Internetanschluss. Und ihr braucht natürlich die Grundlagen fürs Trading, wie funktioniert das Ganze, worauf muss ich achten. Und das bekommt ihr hier ja kostenlos, unter anderem bei U-Trading. Aber es gibt auch noch andere Überlegungen, die für das Daytrading sprechen. Die Möglichkeiten, heutzutage Geld zu verdienen, haben sich ja komplett geändert. Aufgrund des Internets natürlich. Nehmen wir zum Beispiel mal den Forexmarkt. Der Forexmarkt ist der Markt der Währungen, also wo zum Beispiel Euro und US-Dollar gehandelt werden. Und der Forexmarkt ist wirklich mit Abstand der allergrößte Markt der Welt. Und der Forexmarkt hat ein, muss ich mal ganz kurz hier bei meinem Skript blättern, damit ich euch nichts Falsches erzähle. Also der Forexmarkt hat ein tägliches Handelsvolumen, also jeden Tag von circa 3 bis 4 Billionen US-Dollar. Und das wirklich jeden Tag. Also es ist mit Abstand der allergrößte Markt der Welt. Und von so einem riesen Kuchen, da reichen schon wirklich kleinste Krümel, die da abfallen, die man sich schnappen kann, um wirklich sehr viel Geld zu verdienen. Und insbesondere für Anfänger bietet der Forexmarkt wirklich unschlagbare Vorteile, die ihr bei keinem anderen Markt der Welt habt. Nicht bei Aktien, nicht bei Rohstoffen. Der Forexmarkt ist der Markt, der eigentlich am günstigsten zu handeln ist. Es gibt kein Finanzinvestment, das günstiger ist von der ganzen Struktur her als der Forexmarkt. Der Forexmarkt hat unglaublich geringe Spreads. Und ihr könnt nahezu rund um die Uhr im Forexmarkt handeln. Das ist natürlich auch ideal für Berufstätige, die das Daytrading erstmal nebenberuflich machen wollen. Die können abends nach Hause kommen und können auch im Forexmarkt traden. Bei Aktien ist das zum Beispiel gar nicht möglich, wenn ihr erst spät nach Hause kommt, weil dann ist die deutsche Börse ja schon geschlossen. Aber Forexmarkt wirklich 24 Stunden jeden Tag von Sonntag spät bis Freitag. Könnt ihr jeden Tag rund um die Uhr Forex handeln. Ihr könnt im Forexmarkt wirklich schon mit kleinsten Beträgen anfangen, denn der Forexmarkt, da wird auf 5 Stellen hinter dem Komma wird der Kurs angegeben. Und bei so kleinen Kursdefinierungen, da reichen wirklich schon kleinste Bewegungen, also wo wir bei den Krümeln sind, schon kleinste Bewegungen, um auch dort seine Gewinne abzugreifen. Und deswegen könnt ihr auch im Forexmarkt wirklich mit kleinsten Beträgen schon anfangen. Der Forexmarkt ist unglaublich liquide, weil diese riesige große Geldmasse so viele Investoren anzieht. Ihr findet dort immer einen Käufer, Verkäufer, das ist immer gewährleistet. Und dadurch, dass der Forexmarkt eben halt 24 Stunden offen ist und so liquide ist, habt ihr auch ein viel, viel, viel geringeres Risiko von Gaps, von Overnight Gaps, also von großen Kurssprüngen. Das ist auch noch ein ganz großer Vorteil, den Anfänger mit dem Forexmarkt haben. Dort gibt es diese großen Gaps, die gibt es dort einfach nicht. Dann bietet der Forexmarkt ja auch noch den großen Vorteil, dass sich dort das News Trading unglaublich gut anbietet, weil die Kurse Euro, US-Dollar werden von vielen Wirtschaftsdaten, von politischen Daten, von Nachrichten werden die beeinflusst, von Zinsentscheidungen, von ökonomischen Daten, Arbeitsmarktdaten und so weiter. Und wer sich da auskennt, wer sich da im Vorfeld informiert und sich auch im Vorfeld positioniert, der kann insbesondere am Forexmarkt unglaublich viel Geld machen, weil ihr müsst es euch mal angucken, wenn solche Nachrichten veröffentlicht werden. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal die Arbeitsmarktstatistiken, Monatsarbeitsmarktstatistiken des US-Arbeitsmarktes. Dann geht es da wirklich immer richtig ab beim Euro, US-Dollar. Es gibt eine Erwartungshaltung und je nachdem, in welche Richtung die tatsächliche Lage dann geht, dann geht der Kurs hoch oder runter. Und das Schöne ist, am Forexmarkt, ihr könnt immer Geld verdienen. Ob der Kurs nun hoch geht oder ob der Kurs runter geht, ihr könnt long oder short gehen, ihr könnt an steigenden und an fallenden Kursen verdienen. Auch noch ein ganz großer Vorteil des Forexmarktes, okay, das gibt es auch woanders, aber dieses News-Trading ist unglaublich, ja, unglaublich praktikabel für den Forexmarkt. Und wer sich da auskennt, was diese Wirtschaftsdaten, ökonomischen Daten und so weiter betrifft, der kann da wirklich eine Menge Geld machen. Wird auch ein Schwerpunkt demnächst bei U-Trading sein, dieses ökonomische, wie erkenne ich das, worauf muss ich da achten, welche Meldung hat, welche Marktreaktion zum, ja, als Reaktion, was passiert da, wird auch noch ein großes Thema sein, auch in den U-Trading-Seminaren. Ich empfehle Anfängern einfach mit dem Forexmarkt zu beginnen, aufgrund der eben genannten Vorteile, die der Forexmarkt bietet. Und ich empfehle Anfängern dort, das Währungspaar Euro-US-Dollar zu handeln, denn dieses Währungspaar ist das meistgehandelte Währungspaar der Welt, hat wirklich die niedrigsten Spreads, also Gebühren. Und da seid ihr als Anfänger gut aufgehoben. Die meisten wollen den DAX handeln als Anfänger. Fangt erst mal mit dem Forexmarkt an, ist wirklich der anfängerfreundlichste Markt meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler anderer, die davon Ahnung haben. Genau, der Kurs wird auch 5 Stellen im Komma angegeben, hatte ich ja schon gesagt. Und wo so kleine Kursbewegungen stattfinden, die kann man dann auch mitnehmen. Da kann man dann kleinste Kursbewegungen mitnehmen. Aufgrund der niedrigen Gebühren lohnt sich das auch. Und da sind wir wieder bei den Krümeln von diesem riesigen Kuchen. 3 bis 4 Billionen jeden Tag werden da umgesetzt. Und ihr müsst euch einfach diese kleinen Krümel schnappen, das jeden Tag. Und dann habt ihr wirklich ein sehr gutes Auskommen und könnt das Daytrading irgendwann auch hauptberuflich machen. Und weil dieser riesige Markt, den gibt es ja nicht erst seitdem es das Internet gibt oder seitdem es, sag ich mal, Online-Broker gibt, weil dieser riesige Markt wirklich so lukrativ ist und sich das lohnt daran zu investieren und da das Risiko auch deutlich geringer ist als zum Beispiel bei Aktieninvestments, dann deswegen ist es so, dass früher zu diesem Markt nur die großen Banken Zugang hatten. Das haben die schön für sich behalten, haben den Privatanleger eigentlich davon abgeschottet und haben da ihre Kohle verdient, haben da das Geld gescheffelt. Klar hatte der kleine Anleger damals die Möglichkeit, zur Bank zu gehen, also richtig zur Sparkasse oder zu seiner Bank hinzugehen, D-Mark oder Euros auf den Tisch zu legen und US-Dollar zu kaufen. Bisschen abzuwarten, die Kurse zu Videotext ging das damals ja, ohne Internet im Videotext zu gucken, wie ist der Kurs oder auch draußen an den Tafeln bei den Banken, ein paar Tage zu warten, US-Dollar wieder abzugeben und ein bisschen mehr Geld wiederzukriegen. Das Problem war nur, die Gebühren haben das dann meistens aufgefressen und der Aufwand war natürlich auch viel zu groß. Heutzutage ist es so, dass jeder mit einem einzigen Mausklick aus, von zu Hause aus an diesem riesigen Markt traden kann. Digital genauso, wie es die Banken wirklich seit Jahrzehnten machen und dort gutes, gutes Geld verdienen. Also die Zeiten haben sich komplett geändert und wir haben jetzt einfach heutzutage diesen riesigen Vorteil, dass man sich bei einem Online-Broker anmelden kann, dass man dort ein Startkapital einzahlt und mit einem einfachen Mausklick kann man an diesem riesigen, weltweiten, globalen Markt investieren. Also unglaubliche Änderung, auch für Privatanleger, dass dieser Markt offen ist. Und früher war es halt so ein Exklusivmarkt für die großen Banken, die haben sich da wirklich eine goldene Nase verdient und jetzt ist es auch möglich, dass Privatanwender oder Privatanleger dort investieren. Ja und dank der Konkurrenz unter den Online-Brokern sind die Gebühren sehr, sehr niedrig, sodass sich wirklich als Daytrader hier auch kleinste Krümel vom großen Kuchen schon lohnen. Und das ist ja wie fürs Daytrading gemacht. Kleinste Kursbewegungen lohnen sich schon. Niedrige Gebühren, die nicht die kleinen Kursgewinne auffressen. Das ist, also der Forex-Markt ist der Markt für jeden Daytrader. Und stellt euch den Forex-Markt einfach als eine riesige, globale, wabernde Geldmasse vor, die sich mal in die und mal in die Richtung bewegt und geht die jeweilige Richtung einfach mit. Also schätzt einfach ein, okay, steigt der Euro jetzt, fällt der Euro jetzt, geht die Richtung mit, in die der Markt geht, weil the trend is your friend. Und wir haben im Forex-Markt wirklich lange, auch noch ein großer Vorteil vom Forex-Markt, falls ich es vorhin noch nicht erwähnt habe, wir haben im Forex-Markt deutlich ausgeprägtere, längere Trendkanäle, entweder short oder long, als in anderen Märkten. Und das ist auch noch ein großer Vorteil für Anfänger, für Daytrader. Guckt euch den Trend an, handelt niemals gegen den Trend. The trend is your friend. Das solltet ihr euch wirklich am besten irgendwo an die Wand pinnen oder an den Monitor kleben, damit ihr es immer seht. Und wenn ihr den Trendkanal habt, dann geht dort mit und da habt ihr dann auch die Möglichkeit, als Daytrader wunderbar Geld zu verdienen. Natürlich ist es insbesondere für den Anfänger schwer, hier den idealen Broker zu finden, der sicher ist, dem man vertrauen kann, der seriös ist und natürlich der auch günstig ist. Und ich werde auch immer sehr häufig von euch gefragt, also wirklich jede zweite E-Mail-Nachricht und so weiter, ist eigentlich immer die nach einem Broker, den ich wirklich empfehlen kann. Und das zeigt mir einfach, dass ihr mir hier vertraut, dass ihr meinem Fachwissen, meiner Meinung und meiner Empfehlung Vertrauen schenkt. Und das freut mich ganz, ganz besonders. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch einmal ganz recht herzlich für euer jahrelanges Vertrauen bedanken. Und ich kann euch versprechen, dass ich dieses Vertrauen niemals verspielen oder euch da enttäuschen werde. Ich bekomme sehr oft Nachrichten über YouTube oder auch per E-Mail von irgendwelchen dubiosen, unseriösen Leuten, die mich bitten, ihre Links in meine Videobeschreibung einzubinden, die mich bitten, für ihren Broker Werbung zu machen und mir auch Geld bieten, auch nicht gerade wenig. Und sowas lehne ich natürlich grundsätzlich immer ab. Ihr könnt mir hier vertrauen. Wer mir das nicht glaubt, kann mich da gerne testen, mir so eine Nachricht mal schicken. Also ihr werdet sehen, ich gehe auf sowas nicht ein. Denn das Vertrauen, das ich über die Jahre aufgebaut habe, ist das Allerwichtigste hier bei U-Trading. Davon lebt der Kanal. Und wenn dieses Vertrauen zerstört wird, dann brauche ich auch keine Videos mehr machen. Dann brauche ich euch hier nichts zu erzählen. Dann brauche ich nichts zu empfehlen. Dann brauche ich keine Tipps zu geben. Also die Vertrauensbasis ist mir sehr, sehr wichtig. Und die werde ich auch für solche Machenschaften und für kein Geld der Welt hergeben. Dafür macht mir U-Trading hier einfach viel zu viel Spaß. Und U-Trading ist auch für mich nicht dafür da, dass ich damit jetzt das Geld verdiene. Das mache ich mit meinem Daytrading. Deswegen ist U-Trading ja auch kostenlos. Und natürlich möchte ich euch auch bei der Wahl des Brokers nicht alleine im Regen stehen lassen. Denn die Wahl des richtigen Brokers ist eine sehr, sehr wichtige Wahl. Eine sehr langfristige Entscheidung. Man bleibt ja über viele, viele Jahre bei diesem Broker. Und deswegen möchte ich euch auch hier bei U-Trading seriöse Broker empfehlen. Es gibt im Internet viele Seiten, die empfehlen euch massenhaft Broker. Bei denen sind irgendwie alle Broker gut. Die Broker, die ich euch empfehle, sind wirklich nur ganz, ganz wenige. Und die sind alle handverlesen und sehr intensiv von mir geprüft worden. Wichtige Fragen, die es da einfach zu klären gibt, ist zum Beispiel, ist mein Geld bei dem Broker überhaupt sicher? Trennt der Broker Kundengelder und eigene Gelder, mit denen er spekuliert? Wo hat der Broker eigentlich seinen Sitz? Wie ist das mit den Steuern? Wie ist der Broker reguliert? Von wem ist er reguliert? Hier gibt es auch große Unterschiede. Nicht jede Regulierung ist gleichwertig. Von wem wird der Broker überwacht? Welche Gebühren gibt es? Läuft wirklich alles ehrlich und transparent ab? Klappt das mit den Auszahlungen? Was kosten die Auszahlungen? Wie lange dauert eine Auszahlung? Wie werden die Kurse gestellt? Market Maker, Stichwort transparente Kurse, Kursmanipulation und so weiter. Und wie sind die Bedingungen eigentlich? Oftmals ist es so, dass die Bedingungen sehr lang sind, dass die Bedingungen in Englisch sind. Viele verstehen das nicht, weil es Fachenglisch ist. Und das sind einfach wichtige Fragen, die man dort abklären muss, die man behandeln muss. Und wenn ich einen Broker empfehle, habe ich den wirklich eingehend getestet. Ich habe bei dem ein Demokonto eröffnet. Ich habe mir die Bedingungen durchgelesen. Ich habe mit dem Support telefoniert, habe Rückfragen gestellt, habe mir Sachen schriftlich geben lassen von wichtigen Rückfragen. Ich bin dann auch selber mit einem Live-Konto bei diesem Broker angemeldet, dass ich das wirklich umfassend empfehlen kann. Weil wenn ich euch einen Broker empfehle, dann möchte ich da auch 100% hinterstehen und möchte diese Entscheidung auch immer anhand von Fakten begründen können und nicht einfach nur, weil der Broker eine Provision zahlt. Das ist völlig unwichtig. Der Broker soll gut für euch sein. Das ist mir das Allerwichtigste. Und das kann ich dann bei meinen Entscheidungen auch immer wirklich anhand von Fakten, anhand von Sachen, die der Broker bietet, die kein anderer bietet oder die ein anderer nur mit wesentlich mehr, zu einem wesentlich höheren Preis bietet, kann ich sowas immer belegen. Und hinter meinen Broker-Empfehlungen stehe ich auch immer wirklich ruhigen Gewissens. Ihr findet alle Infos zu den U-Trading Partnerbrokern und alle Infos auch zur Anmeldung und dann auch zu dem Live-Support, den ich euch da biete, hier auf meiner U-Trading Startseite. Wenn ihr hier auf Start klickt und runterscrollt, habe ich das ja hier alles nach Rubriken geordnet und hier unten findet ihr dann auch die Rubrik U-Trading Partnerbroker. Momentan ist hier ein Partnerbroker, also Sulu-Trade ist hier momentan und es werden hier noch maximal zwei Partnerbroker dazukommen, die dann auch in andere Richtungen gehen, damit ich das gesamte Spektrum dann dort abgedeckt habe. Was ich euch empfehlen kann, kommen hier dann noch maximal zwei Partnerbroker dazu, die von mir wirklich, ich habe es eben schon gesagt, eingehend getestet sind und die ich dann auch ruhigen Gewissens für euch, die ich euch dann ruhigen Gewissens empfehlen kann. Und natürlich ist es auch, wie bei allen Partnerbrokern von U-Trading, wie es zum Beispiel bei Sulu-Trade ist und bei den anderen beiden, die hier noch dazukommen werden, ist es natürlich auch so, dass jeder, der sich über meinen Link ein Live- oder Real-Account bei einem meiner Partnerbroker eröffnet, der erhält natürlich auch den kostenlosen U-Trading Live-Support, also Support per E-Mail oder aber auch mal Support per Skype. Also ihr erhaltet meine private E-Mail-Adresse und ihr erhaltet meine privaten Skype-Daten, um dann auch an der kostenlosen Skype-Sprechstunde, Live-Tradings, Coachings und so weiter teilnehmen zu können. Und alle Informationen zum kostenlosen U-Trading Live-Support erhaltet ihr hier unter der Rubrik U-Trading Support. Habe ich auch ein Video gemacht, könnt ihr euch sehr gerne mal angucken. Dort erkläre ich, welchen kostenlosen Support euch U-Trading bietet und das könnt ihr euch natürlich sehr gerne mal angucken. Ihr seid hier auf U-Trading also bestens versorgt, also einmal habt ihr hier von mir wirklich die bis auf die Nieren geprüften Partnerbroker, die ich euch empfehle und es ist nicht so wie vielleicht bei anderen Stellen im Internet, wo massenhaft Broker empfohlen werden und dann danach nachen wir die Sinnflut. Also hier bekommt ihr dann auch noch den kostenlosen Live-Support, nachdem ihr euch bei einem der Partnerbroker angemeldet habt. Bekommt das dauerhaft und wir bleiben in Kontakt und mit der Skype-Sprechstunde haben wir da wirklich ein ganz tolles Feature, um euch auf eurem Weg als Day-Trader weiterzubringen, um Fragen zu beantworten, um Live-Tradings durchzuführen und so weiter. Also hier habt ihr wirklich einen Mehrwert bei U-Trading und der ist wirklich kostenlos für euch. Aber kommen wir nochmal darauf zurück, welche anderen Überlegungen für das Day-Trading eigentlich sprechen, also warum Day-Trading, jetzt doch ein bisschen abgeschweift, ich hoffe ihr seid noch da und da muss man sich auch mal so Überlegungen angucken, wie sieht es eigentlich aus in der Arbeitswelt hier in Deutschland, wie sieht es aus auf dem Arbeitsmarkt, wie lange sollen wir nach dem Wunschdenken und nach dem Willen unserer Politiker eigentlich arbeiten, Stichwort Rente mit 76 ist da schon öfter mal gefallen in der Politik und kann man als Angestellter überhaupt reich werden oder kann man eigentlich nur als Selbstständiger, als selbstständiger Unternehmer reich werden, wie ist es mit dem demografischen Wandel, was haben wir von unserer Rente überhaupt noch zu erwarten, wie sieht es aus mit der Schuldenuhr, Deutschland ist ja immer weiter und immer höher verschuldet, wer soll das alles noch bezahlen, was werden, also die Schulden von heute sind ja die Steuern von morgen und das wird auf immer weniger Schultern abgeladen, Stichwort Altersarmut, Einheitsrente und so weiter, das sind vielleicht auch alles Überlegungen, die einen dazu bewegen könnten, zu sagen, okay, wenn ich jetzt meinen normalen Beruf irgendwann mal aufgeben kann und mit dem Daytrading mein Geld verdienen kann, dann ist das eine Sache, um diesem ganzen System, das eigentlich den Bach runter geht, irgendwie noch zu entkommen. Nun ist es im Leben nun mal wirklich leider so, dass Geld noch mehr Geld macht, das habe ich auch nicht erfunden, da kann ich auch nichts dafür und ich habe mit dem Daytrading auch mal ganz klein angefangen und um mir ein möglichst großes Startkapital zusammenzusparen, habe ich wirklich auf Urlaub verzichtet, ich habe meinen damaligen Audi verkauft und habe mir ein kleineres Auto zugelegt, ich habe versucht, so wenig Geld wie möglich auszugeben, hatte zwischenzeitlich sogar einen Zweijob angenommen, ich habe wirklich versucht, so viel Geld wie möglich irgendwie beiseite zu schaffen, zu sparen, ich habe meinen Aktienfonds aufgelöst, ich habe unnötige Versicherungen gekündigt, ich habe das einfach, meine ganzen Verträge mal durchgeforstet, ich habe versucht, meine monatlichen Fixkosten so niedrig wie möglich zu halten und zum Glück war ich zu dieser Zeit auch Single, hatte also keine Freundin, die so große Ansprüche gestellt hat, was jetzt nicht heißen soll, dass ihr euch von eurer Freundin trennen sollt oder von eurem Partner, aber das ist auch eine, bei mir war das eine Phase, wo es mir geholfen hat, einfach auch wirklich zu sparen und ich habe mich dann sogar auch entschlossen, aus meiner damaligen Zweizimmerwohnung in eine Einzimmerwohnung umzuziehen, weil ich einfach gesagt habe, ich habe da mein Ziel, ich will das erreichen, es kommen jetzt saure Zeiten, ich muss da die Zähne zusammenbeißen, um mein Ziel zu erreichen, ich muss sparen, ich muss eisern leben und ja, nach circa einem Jahr hatte ich dann mein Startkapital von 5000 Euro zusammengespart und es ist immer besser, einmal eine größere Summe zusammen zu sparen und dann zu beginnen, als so stückchenweise zu beginnen, so kleckerweise, immer kleine Beträge einzahlen, es ist wirklich besser, guckt eure Finanzen durch, wartet lieber noch einen Augenblick, spart, bringt euer Leben finanziell auf Vordermann, versucht so wenig wie möglich im Monat auszugeben, die Fixkosten niedrig zu halten und dann spart ihr ein bisschen und geht mit einer etwas größeren Summe auf einmal an den Markt, also zahlt das beim Broker ein und dann könnt ihr ganz anders loslegen. Es ist auch mit kleinem Startkapital möglich, aber es ist schwieriger, das muss man dazu wissen. Ja und wichtig war für mich auch in dieser zerbrechlichen Phase, dass ich die Gewinne, die ich da gemacht habe, nicht gleich wieder ausgegeben habe. Also die Gewinne habe ich beiseite gepackt, A, weil ich wusste, okay, jetzt kommen auch mal Durststrecken beim Daytrading und B, weil ich auch für mich selber gesagt habe, ich will meinen Lebensstil momentan noch nicht verändern. Also meinen Lebensstandard auch, wenn ich Gewinne mache, die ersten zwei Jahre will ich nicht verändern, ich will sparsam weiterleben, will versuchen, dass es dabei bleibt, kleine Wohnung, kleines Auto, kein Urlaub, weil ich einfach schnellstmöglich diese kritische Schwelle, sag ich mal so, erreichen wollte, wo es dann auch für mich heißt, Geld macht noch mehr Geld. Es gibt da eine Schwelle, da könnt ihr fast jeden Verlusttrade aussitzen, Verluste machen euch kaum noch was aus, ihr könnt das kompensieren, ihr könnt größere Rückschläge verkraften, die werfen euch nicht gleich zurück und deshalb habe ich die Gewinne entweder beiseite gepackt oder ich habe sie auch reinvestiert, um weitere Trades eingehen zu können, habe aber meinen Lebensstandard, meinen Lebensstil nicht verändert. Es war für mich so die Idee, wie bei einem Lottospieler, der einen hohen Betrag gewinnt, der einmal einen hohen Betrag gewinnt und diesen klug und breit gestreut investiert und dann sein Leben lang sich keine Sorgen mehr machen muss, von der Rendite lebt, ohne dass sein Grundkapital angefressen wird. Und das war mein Ziel, ich wollte so schnell wie möglich dieses Kapital erreichen, diese kritische Schwelle erreichen, mit dem ich auf Dauer die Gewinne erwirtschaften kann, um vom Daytrading hauptberuflich leben zu können. Und für mich bestand dieser Weg aus Sparen, Verzicht, Fleiß, Disziplin und vor allen Dingen auch Lernen. Und natürlich war das damals eine sehr, sehr harte Zeit für mich. Mit vielen Doppelbelastungen, ich hatte meinen Hauptjob, ich hatte den Nebenjob, ich hatte das Daytrading, ich musste lernen, musste mich weiterbilden, es gab die finanziellen Rückschläge, es gab keinen Urlaub, kein teures Hobby, kein Essen gehen, die Hose hält noch eine Saison, sag ich mal, die Winterjacke brauchst du noch nicht neu. Und also ich habe wirklich versucht, so wenig Geld wie möglich auszugeben, habe sehr eisern gespart, habe meinen Lebensstil runtergeschraubt. Und ja, damit habe ich dann wirklich mein Ziel vor Augen gehabt. Und was ich damit sagen will, ist, wer wirklich Daytrader werden will, der muss am Anfang Opfer bringen, das ist einfach so, um es dann auch irgendwann einmal besser zu haben. und ich habe zwei Jahre wie so ein Hund gelebt, aber dafür die nächsten 50 Jahre wie ein König. Und für mich hieß es immer, man muss vom Sofa aufstehen, um weiterhin entspannt und locker und geschillt darauf liegen zu können. Und ja, wer was erreichen will im Leben, der muss seinen Arsch vom Sofa hochbewegen und dann, wenn er es dann erreicht hat, dann kann er sich auch wieder aufs Sofa draufsetzen und ausruhen. Ist eine harte Zeit gewesen, ist aber wichtig, das muss jeder machen, das muss jeder lernen. Und wichtig ist, dass ihr erstmal eure Finanzen in den Griff bekommt, dass ihr auch einen Überblick habt, wie viel Geld habe ich zum Daytraden eigentlich zur Verfügung, dass ich mich nicht in finanzielle Schwierigkeiten bringe. Und es gibt eine Menge Ballast, was man abwerfen kann. Wenn man Daytrader werden will und wenn man es mal besser haben will und wenn man es wirklich schaffen will, wenn man es erreichen will, dann beißt man mal zwei Jahre in den sauren Apfel, fährt ein kleineres Auto, verzichtet vielleicht mal auf Urlaub, braucht nicht immer das neuste Smartphone, die neuesten Klamotten, die neuesten Schuhe und essen gehen und, und, und. Sondern sagt, okay, dieses Geld, das spare ich jetzt. Und dann gehe ich ran an die Sache. Ich übe vorher mit Demokonten, ich bilde mich vorher weiter, ich kann New Trading meine Fragen fragen und ich kann Seminare besuchen und ich kann Fachliteratur lesen und ich spare in der Zeit. Und wenn ich soweit bin, dann gehe ich aus dem Demo-Betrieb raus, gehe mit einem Real-Account, mit einem Live-Account an die Sache ran, um schnellstmöglich auch diese kritische Schwelle zu erreichen, Geld macht noch mehr Geld. Und dann macht ihr auch euer Geld und dann könnt ihr das alles zehnfach nachholen. Dann könnt ihr fünfmal ein Jahr in den Urlaub fahren, ihr könnt das geilste Auto fahren und ihr habt einfach, wenn man jetzt mal weg ist von der materiellen Schiene, das ist für mich persönlich viel wichtiger, ihr habt einfach dann die Freiheit, ihr habt diese Sorgen nicht mehr, ihr könnt dann wieder auf dem Sofa sitzen und euch entspannen und ihr könnt von zu Hause aus arbeiten und habt die Zeit für die Familie, für Freunde, für Hobbys. Ihr könnt euch die Zeit selber einteilen, das ist einfach unglaublich viel wert, viel mehr wert als das neueste Auto oder das neueste Smartphone. Aber jeder kann natürlich selber entscheiden, was er mit seinem Geld macht und wofür er es ausgibt. Ja, ich bin mit meinem Video am Ende. Warum Daytrading? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr vielleicht einen Kommentar abgebt oder dass ihr das Video liked und ich freue mich natürlich auch immer über ein Abo. Guck mal hier, ich habe schon 5700, sehe ich gerade, freue ich mich sehr drüber. Vielen, vielen Dank an alle meine Abonnenten und ja, bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg beim Traden. Danke fürs Zuschauen. Euer YouTrading.